hallo ist martin von mann mann keys dass dax-anlöse für montag den 13.03.2023 unser dax scheint hier gut auf das gepeitsche in der range zu stehen die bären haben wir wieder ein bisschen mehr spaß und freude gehabt am freitag ging wieder deutlich tiefer erinnern wir uns zurück an das was wir gesagt hatten oder was wir sehen wollten haben wir uns mit dem thema beschäftigt dass wir im bereich um 450 durchaus auch mit dem schwachen start rein ziemlich zügig auch wieder drehen kann dass er von hier auch locker wie das zeug hätte auf 600 und höher zurückzusteigen und auch mit dem mit dem bewegungsdynamik hier abc durchaus dahinter den ausbruch formen können das aber alles unter 65 oder unter 450 habe ich gesagt eher dann schon dazu neigt würde dass das dann 300 und 270 erreicht wenn man sich das jetzt so wieder mal vor augen hält klingt es am ende der ergebnis jetzt wieder sehr einfach weil er ist unter 54 einkommen da ist unter 54 gelaufen und er hatte jetzt die 372 erreicht untergeordnet im tageshandel dürfte es doch einigen dann aber schwierig gefallen sein wie es grundsätzlich ein schwerer fällt in der range also wir sagen seit wochen ja macht nicht den fehler und geht oben in der range long mit surplus in der mitte oder unten geht nicht unten in der range short mit also bloß in der mitte oder oben und die leute rutschen immer wieder dann da rein halt immer wieder sind sie dann motiviert auf einen auf einen ausbruch insbesondere wenn wir dann dastehen und sagen passt auf der kann jetzt kommen weil er eben kommen kann weil es eben dann auch ein höhe des risikos natürlich muss ich mich als analyst an einer oberen kante hinstellen und sagen ey pass bitte auf wenn der oben raus macht der macht sich lang weil das macht er auch wenn er ausbrucht aber muss halt dann eben auch einfach mal richtig raus und das hat er die ganzen male nicht gemacht und dann viele zu früh schon abgefeuert viele zu früh auch trades schon beendet die sie vielleicht noch halten kann spenden sollen einfach weil die signale lage das noch ganz richtig zugelassen hat und im endergebnis dann genau das gemacht haben oben long stop loss in der mitte und da unten dann wieder rausgezogen das ist das ist das warum eine range vielen immer oft richtig 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 auf den sack geht weil es vielen einfach richtig aufs portmonee schlägt range handel ist fällt den meisten schwieriger es gibt auf der anderen seite auch welche nehmen macht das richtig spaß in der range sondern das sind oft die die auch nachkaufen die keine stop loss drinnen haben das sind die die in der range unheimlich gut profitieren ja aber das ist bei denen ist immer das problem sie verstehen nicht was sie eigentlich handeln sie verstehen gar nicht dass sie eigentlich gut in der range sind sie denken einfach dann jetzt die letzten vier wochen haben wir es richtig raus ich bin jetzt übelste profi trader na und dann kommt die nächste marktphase kommt die nächste bewegungsphase die dann eben viel trendiger wieder ist und diejenigen denken sich dann ja sie sind die größten das mit dem ohne stop loss das funktioniert super das behalte ich jetzt so bei ja und dann sitzen sie hier in so einer stelle in einem ausbruch oder hier und hacken dann halt wieder voll dagegen bauen im minus aus und dann knallt das depot volle kann an die wandern sind die ganzen gewinne die den vier wochen gemacht haben an einem einzigsten tag wieder weg ja das ist ein ganz 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 typischer fehler eben wie eben auch dieses die andersrum die leute die in der range halt diese kohle verlieren weil sie eben immer wieder am oberen bereich einsteigen und sich dann in der mitte oder unten ausschappen lassen oder hier unten ein short sind hier oben short abbrechen das ist ganz klassisch aber das sind fehler die sollte man zusehen dass man sie zügig abgestellt kriegt das sind wirklich auch klassische man muss schon sagen fast anfänger fehler wenn man wenn man nicht dieses technische bewusstsein für das handeln oder für das set up hat ja und wenn man sowas nicht zeitnah in den griff kriegt kann das halt wirklich passieren dass man sowas dann echt verschleppt wie irgendwie eine erkältung die man nicht rauskriegt oder schlimmer noch halten also dass man es wirklich verschleppt und dann nach 15 jahren sich irgendwie wundert warum beim trading noch nichts rumkommt oder muss man sich dann einfach auch ein bisschen zusammenreißen und setup treu machen wenn man kann ausbrüche das ist nicht verkehrt und ausbruch zu probieren aber man muss dann auch irgendwo in sich ein niveau setzen wo ich sage okay meinetwegen ich suche in so einem bereich durchaus und als mache ich ja auch so nicht suchen so einen bereich untergeordnet definitiv long wenn ich sehe der markt kann ausbrechen und er hat einen schönen trenddynamik aber wenn ich merke der spielt nicht mehr mit dann dann mache ich doch sofort einen cut dann höre ich dann auf und dann fange ich nicht an das ewig auszusetzen und mir anzugucken und zu hoffen und zu glauben und das könnte doch noch nee dann wird ein cut gemacht und dann wird auch nichts über nacht dann im minus mitgenommen entweder man läuft eine position in den gewinn dann kann ich sie ausbauen dann kann ich sie pflegen dann kann ich kann ich mit ihr arbeiten oder ich und das klappt einfach nicht was ich machen will dann muss ich aber auch zügig raus ja und dann nicht zehnmal das gleiche setter probieren also in dem fall einen einbruch von diesem von dieser range immer wieder immer wieder immer wieder probieren immer wieder wenn ich merke okay beim ersten mal heute mich raus oder beim zweiten mal heute mich raus dann ist das set up für mich komplett gestorben dann warte ich bis das ding einfach richtig aufgelöst hat und suche mir neue trades neue setups damit ich eben nicht 20 30 mal hintereinander hier in so einem dreckigen muster quasi dann ins box und greife ja und da ist das wirklich so ein punkt da müssen viele an sich arbeiten und gucken dass sie einmal am set abbleiben dann halt so jetzt immer aber jetzt habe ich ganz schön ganz schön viel was sie eigentlich gar nicht rein gehört na das ist so ein bisschen aber ich merke es einfach momentan viele hier ganz schön ganz schön am beißen am ackern und lassen sie viele lassen sich unheimlich trickern das ist das was mich immer so akkert manchmal dass die leute dann so reiten lassen und zu trickern lassen von äußeren faktoren jetzt kommen wieder die nachrichten ins spiel sind alle der meinung der banken kreis banken krise das muss jetzt runter ja ich bin dabei wenn der markt fällt und schwäche zeigt dürfen wird schorten ohne frage aber ich bitte beziehe das nicht auf die nachrichten naja es kann auch sein da da kreis doch eine bank irgendwo in amerika mit schlechten zahlen durch und der markt steigt komplett nach oben durch und bricht uns oben aus dass das ist für den markt komplett möglich der markt handelt nicht rational das ist etwas das muss man verstehen der markt ist nicht rational nie niemals sehr rational in den häufigsten fällen bewegt sich der markt so dass alle leute dastehen und sich fragen was macht denn der was machen denn die märkte die sind ja völlig bekloppt und so weiter und so fort und deswegen dahingehend einfach immer ein bisschen vorsicht dass man sich nicht zu sehr beeinflussen lässt von der nachrichtennage wie gesagt wenn der markt schwäche zeigt wie es auch am freitag jetzt der fall war darf man durchaus mit short arbeiten ja aber eben nicht wenn er dann komplett wieder stark durch sieht und wenn er jetzt hier aus dem unteren bereich der range anfängt am montag stärke zu zeigen das heißt er präsentiert uns nach 9 30 nach 10 uhr nach 10 uhr 30 nach 11 uhr nach 11 uhr 30 nach 12 immer wieder neue tag suchst dann wird man hier mit short nicht glücklich werden am montag und das sollte man dann besser ziemlich früh schon begreifen als wenn man dann am abend da steht 22 uhr und sich fragt alter wieder 300 punkte gegen mich ja das heißt im konkreten falle wird ich am montag alles was über 365 geht über 350 geht wird ich eher auf long seite dann in der schank zu suchen und zwar wieder rein in die tiefs hier bei 94 500 und dann eben auch höher über die 600 über 650 ja das heißt noch mal im klartext über 350 3 65 mit weiteren tages hochs nach 930 wenn die erste xietra rutsch einfach durch die ersten xietra zabelei wenn frankfurt eröffnet hat wenn das durch ist wenn er danach noch neue tages hochs generiert ja so ab 9 30 10 uhr 10 30 das vollkommen egal ob das jetzt 9 45 ist 9 30 ist 9 50 ist 10 uhr 10 ist ne als wenn ich sage 9 30 10 uhr 10 uhr 30 braucht nicht 9 30 hingucken braucht nicht 10 uhr dann einfach dieses zeitgefühl macht der dann nach also nach den ersten minuten einfach nochmal neue tages hochs über 350 3 65 würde ich eher damit rechnen dass wir in die 490 500 zurücklaufen und wenn er die geknackt hat da wird ein bisschen wir brauchen dann dann rennt er uns auch wieder hoch über die 600 in die 650 rein und wenn es dann auch erst an einem dienstag ist ja und wie gesagt aus dem unteren bereich der range ist das durchaus legitim zeigt aber schwäche gebt uns beispielsweise auch noch unter eine 250 am montag drunter eröffnet dort und zeigt sich weiter schwach lasst laufen dann kann er durchaus probieren jetzt wieder unten auszubrechen und da sind wir wieder bei dem thema natürlich muss ich in dem moment aufs risiko hinweisen macht er einen erfolgreichen trendbruch oder einen rangebruch hier unten und rennt richtig raus ist weiterhin ein ziel bei 14 8 30 realistisch na das heißt gebt uns unter 15 2 40 und bleibt darunter bleibt wirklich darunter kann ich eine folge aus tieferen tiefs und tieferen hochs durchaus für positionsaufbau nutzen muss mich natürlich dann aber auch absichern oder aus dem markt wieder rausgehen sobald wieder höhere hochs reinkommen und auch nicht versuchen jetzt den großen mächtigen einmal mega trade zu machen sondern einfach punkte holen mitnehmen fertig feierabend aus wir haben auch in dem bereich hier mit elisa relativ gute punkte geholt ja die hat immer wieder lang probiert das hat dann auch super geklappt aber sind wir haben halt auch nicht einfach tausend punkte verlangt halt sondern immer wieder stückchen aus dem kuchen dann raus beißen und das eben tag für tag und auch wenn es nicht jeden tag sind ja aber fakt ist unter 2 40 hat der markt schon ein risiko wieder ein bisschen dampf abzulassen 15 1 20 bis 15 100 wäre jetzt eigentlich das nächst logische ziel wenn er unter 2 40 weg bricht ja ein 20 bis 100 und wenn die nachgeben dann kommt er hier in die auflösung ja dann reden wir über 15 70 dann reden wir über 14 9 65 dann reden wir über 14 8 30 und dann auch tieferes ja ja also unter 2 40 definitiv risiko nach unten wird sich mit positionen jedenfalls auch absichern ja und wenn er sich umdreht dann einfach das auch wieder killen klatsch stellen vielleicht ein paar punkten dass man ein bisschen gewinn mitnimmt ja und den dann wieder lassen und wenn er stärke zeigt dann einfach wieder in die range in die andere richtung zurücktreten aber auf keinen fall sich dann hier hinstellen und sich dann hier oben wieder ausstoppen lassen weil man sagt auch gott was das jetzt gewesen ja das 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 vollkommen verkehrt so ich hoffe ich habe das verständlich rüber gebracht vielleicht kann der ein oder andere was nützliches für sich noch mit rausziehen wie gesagt über 350 365 bin ich eher auf der oberseite orientiert unter 2 40 habe ich eher den bock shorts suchen würde ich auch unsere lisa short reinsetzen lassen aber eben kontrolliert na mit kleinem risiko und man kann das auch unter dem tief oder am oder überm hoch kann man auch einen short reinziehen also in dem lokalen klein hoch dann gibt es viele möglichkeiten techniken wie man sowas machen kann aber bitte nicht dann wieder hier ins top los hier oben in den halten so guck mal kurz den tagesschart tagesschart sieht naja hilft dann auch nicht viel da braucht man nicht drauf gucken kann man weglassen wichtig wird wenn man auch mal aus dem band raus geht das wäre jetzt für mich der nächste triggerpunkt wo ich sage okay jetzt können wir wieder mit dem tagesschart ein bisschen arbeiten dafür muss aber irgendwo mal jetzt aus dem band raus oben oder unten hier hat er mal einmal angefangen das nicht zu ende gebracht aber man muss irgendwo mal raus gut Freunde dann würde ich jetzt hier zu machen wünsche euch viel Erfolg am Montag gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss